Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Fall Guys. Doch bevor es losgeht, präsentiere ich euch unsere Gang. Louis Down, auch bekannt als Louis oder Siob. Leonard, auch bekannt als Leonard, Leonard, Kampfcouch oder Fresh Fritsch. Godwin, auch bekannt als Mark oder Schmack. Looky Man, auch bekannt als Luka, Schlück oder Schlück. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Ist die Orange Gang bereit? Wir müssen jetzt wieder alle vernichten, Leute. Die Orange Gang muss siegen. Letztes Mal Leon hat den Win geholt. Das stimmt, das stimmt. Den Win der Woche. Dies muss wiederholt werden. Ist nämlich gleich ein Scheiß-Game. Es gibt keinen anderen. Ich nenne dieses Game die RNG-Türen. Die hinter Leuten hinterherlaufen. Woher war das denn? Hilfe! Soll das diese Dinger am Boden hoch? Hui! Hui! Papis durch alle Hilfe! Ist auch wenn sie früh ist, aber okay. Nö. Nicht jetzt nicht. Oh ne. Hilfe! Ich werde kommen hinten weg und drehen. Nein! Ich komme nicht. Ich bin gegen die Wand. Ich bin nicht. Ich bin. Ich bin Letzter. Biggitus muss gönnen. Biggitus hat nicht. Ja, Biggitus hat gegönnt. Hat nicht gegönnt. Jungen. Komm, dann. Wir müssen es sein, Schäfer. Biggitus hat wieder nicht gegönnt. Oh, okay. Die T-Ronne, die existiert nicht. Die musst du nicht aufnehmen. Hehehe. Was hat denn so scheiße? Oh, die Map. Oh. Ja, ich mag den nur oder so nicht. Ich hab's dann einfach nicht thrown, Luis. Ich hab's dann einfach mal nie geschafft. Ich hab's, glaub ich, noch nie geschafft. Ja, jetzt hältst du den Schweren, ja. Am Anfang ist es einfach. Es wird das schwer, das schwer. Das passt nicht bei Saluka. Ja, klar. Ja, klar. Ich sag, am Anfang ist es einfach. Und schon bin ich unten. Schon beginnt der Spaß. Die Abwärtsspirale, sie beginnt. Mich hat auch dieser Bigfistus so mega in die Luft geballert. Da hat der Block mich so... Ja. Kidfistus. Ja, Kidfistus. Ich hab die Fiste gehört. Ich war ein Dritter. Ich bin nicht mal runtergefallen, das ist nicht. Ja, das ist sehr gut. Dann hören wir zu diesen paar Punkte. Ich schaff's aber gerade auch ganz gut. Ja, ja, ich komm auch durch. Ich komm auch durch. Leonor, let's go! Ich hab's damit fast schweig geschafft. Junge, King. Wie langsam bist du denn? Ja, ich wollte ja sagen. Sein First Try ist irgendwie langsam. Ich wurde mittendrin von diesem Ding fissen. Ist das so richtig? Ist das so richtig? Dritterhaft runtergefallen? Lol. Junge, Luca. Gott. Junge, Luca. Der ist nicht schlimm. Nein, Filigalo fällt. Filigalo. Nicht Filigalo. Nein, Filigalo. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Eis. So oben ist so ein Melonengeschmack und unten ist so Apfel und unten ist so Melonengeschmack. Na, das Grüne. Weiß nicht, ob das Apfel ist. Der wird wieder runterfallen. Das ist eher dieses Kaktusbisschen. Ist das ein Kaktuseis? Ja, genau. Ein Kaktuseis. Easy. Beste 50%. Vielleicht ist das trotzdem weit. Das weißt du ja nicht, Marc. Ich bin auch nur beste 20%. Obwohl ich eigentlich ein Dritter war. Wie bist du tall, Geist? Oh, es ist da drin. Nein, der ist nicht drin. Nein, der ist nicht drin. Ach, der ist da oben. Unteres 3. Ja, ja, ja. Warte, wir sind doch bei jedem anderen aufgestanden. Ja, aber du kannst Zap drücken. Letztes Mal haben wir hier echt Glück gehabt. Ja, ich gehe direkt wieder auf die Gegner. Ich massakriere sie. Hosenballs, watch, genau. Grow larger. Okay. Dann sind wir gelb. Weil ich dabei bin. Das stimmt. Ich bin doch schon bei blau. Ich höre die roten auf. Die Teammates sind leider gerade alle sehr dumm. Das war lecker. Blau, blau, blau. Ja gut, zu rot wird kommen jetzt gefickt. Ich gehe zu rot. Ja, wahrscheinlich besser so. Aber blau nervt uns gerade hart. Und unsere Teammates sind irgendwie alle scheiße. Leute. Ja, ich will gerade nichts machen. Wir werden gerade auch kommen mitgemobbt. Seid mal nicht so scheiße. Ich kann leider gar nichts machen. Das ist gerade einfach nur ein einziger Haufen hier. Na, Leute. Ha. Oh ja, ja, doch, doch. Obwohl, ich bin pusht. Ich habe nichts gemacht. Aber hier ist nichts mehr. Haben wir jetzt Fuß? Oh nein. Scheiße. Geht doch davor. Oh ja. Ja, aber ich weiß nicht. Nee, nee, ist nicht raus. Wahrscheinlich nicht. Nicht ohne den roten kommt gerade nicht mehr. Nicht aufgeben. Ja, doch, das kann man schon aufholen. Das ist feiert. Keiner den roten Krieg. Ja, das ist jetzt viel zu große Range. Ja, wir werden ja gar kommen mitgemobbt. Nee, ja, ja. Und unser Team jetzt machen wir mal zwei von unseren gelben Teams stehen einfach nur da. Nehm. Nehmen die Inkompetenten bekommen. Nehmen die Inkompetenten bekommen. Brrrr. Brrrr. Hallo. Oh mein Gott, was war denn das nochmal? Ach, da sind Neujahrer. Ja, die ist okay. Die ist nice. Die war auch noch lang. Du brauchst da hinten einen Furry. Ein goldener Furry. Das ist Furry Prime. Das ist der Endfoss einfach bei den Furrys. Ja, Gott. Boah, ich sehe schon, wie ich da hinten da auch. Oh, das Ende sieht nervig aus. Ja, das Ende ist. Jetzt soll dieses Ding da auch ranfallen. Boah, ich bin kaum mit der Masse. Oh, ja, ich auch. Boah, ich würde umgewachen. Das stimmt. Oh nein, dieser feiste Wind. Hä? Ah, easy. Danke dafür. Warum fliege ich nicht weit genug? Easy. Ich fliege aber nicht weit genug. Digga, mach nach oben, der ist am Anfang. Nein, ich bin andersrum, ich bin wo anders gespawnt. Ich versteh es nicht. Nein. Aber ich bin andersrum gedreht gespawnt. Junge. Wie kann man so hart thronen? Oh! Danke, danke. Ich bin auch nicht drin. Ja, aber Mark throned. Nein, ich bin andersrum gedreht gespawnt. Wie andersrum gedreht? Du warst am Anfang. Das hat nichts mit anderem gedreht zu tun. Du kannst doch gar nicht in die andere Richtung laufen. Ja doch, ich wurde andersrum gedreht gespawnt. Da konnte ich halt runter laufen, statt wie man normalerweise läuft hoch. Hä? Aber man kann ja nirgendwo lang, wenn du vom Start aus in die andere Richtung gehst. Wie hart kann man thronen? Nein, nein, ich bin gestorben und halt gespawnt. Diese Niederlage geht einzig und ein auf dich, Mark. Wärts doch geil, wenn wir es reingeschafft hat. Ja. Aber nein. Hättest du nicht gefrawnt, Mark. Dann werden wir jetzt weiter. Ja, das sind 10 Punkte. Das hätt ich echt geschaffen können. Ich bin mal anlegt, dass ich nur so eine Sekunde vor Mark reingekommen bin. Ja, aber Mark hat es gefrawnt. Du warst am Anfang, als die Hälfte von Silver. Ich war am Anfang? Ich bin über diese Brücke drüber gegangen, da bin ich mir gefallen und bin andersrum gespawnt. Und das hat mich gewirrt, weil ich... Wieso soll ich denn wissen, dass ich das nicht so gehört? Dann musst du auffallen, dass du den Weg schon mal in die andere Richtung gelaufen bist. Nee. Mark deck dich mit, das ist das Problem. Ja, ich hab das so... Nein, ich bin oben rum gegangen. Nein. Doch. Ja, aber oben rum ist ja dumm, hat der Luca gesagt. Da gehen wir nicht lang. Ja, das hat nicht geklappt. Ja, offensichtlich nicht, wenn du eine Stunde hinter uns warst. Get up, fuck. Oh, Gott, nee. Oh, ich weiß noch. Ich hab bei diesem Dinger damit gepostet. Der ist easy. Der bin ich immer komplett durch. Ah, nee, bei dem da, bei dem da mit den... Das ist die dann, da hab ich mir hart verschlissen. Das ist der einfachste Modus. Das geht euch echt. Sag ich jetzt noch. Kann sein, dass ich alles gelernt hab. Komm, hat sich keiner aufgeregt. Ich hab irgendwen von euch gegrabt. Ja, nicht mich. Ich bin schon gewöhnt. Ja, das kann sich nicht beschweren. Ich bin schon gewohnt, Mob zu wählen. Ich bin schon gewohnt, Mob zu wählen. Easy, komplett durch, ohne Probleme. Oh, oh... Oh nein. Ich bin falsch rumgesponnt. Was mach ich nur? Ich dreh mich nicht bestimmt in die richtige Richtung. Nö. Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt fall ich mir langsam zu oft runter. Eiii. Ne, rah, ha, ha... So hab ich das nicht bestellt. Die Türen gehen nicht rechts da nicht hoch runter. Ich versag Leute, ich schaff's nicht mehr, ich bin, ich hab's verlernt. Aber ja, und ich carry ihn. Ja, das müsst ihr auch. Ich hab's nicht geschafft! Oh. Nein, Marc. Marc, der wär grad schon wieder in die andere Richtung gelaufen. Ja, weil ich wieder andersrum gespawnt habe. Ja, dann merkt doch, ey, Junge. Komm zu Ihnen, komm, der wird im Leben sein. Ja. Ja, das ist jetzt noch mal. Eigen? Ja. Fein. Mein Digga, wo ist Louis denn noch? Ja, ich... Ach, da sind wir noch nicht drin. Ich hab bei den Dingern ein bisschen versagt. Wir sind zwei, ich glaub. Ja. Ja, weil wir beide richtig früh drin waren. Hättest du nicht gefrowt, wär der Erste gewesen. Weil die jemand nicht gefrowt hat. Mach halt die Fresse, also nach deiner vorherigen Leistung. Hä? Du warst grad halt auch noch irgendwie... Du warst grad auch noch irgendwie drei Leute vor Louis drin, Marc, aber egal. Ich weiß, aber der hat vorhin auch nur gemeckert. Ja, da war ich aber ne Stunde vor dir. Da war ich drin. Wir haben aber einmal davor... Ach, das war scheißegal. Halt mal die Schnauze jetzt. Halt mal die Schnauze jetzt. Luca, das Streitsch liegt. Fuck doch aber alle. Warum haltet ihr aber die Fressen? Im Kindergarten, wenn sie nicht so soll schreiten, habt ihr jetzt die Schnauze. Auf euch alle? Im Kindergarten. Okay, Luca. Haha. Willst du da drüber reden? Ja, krass. Schreit ist jetzt eigentlich so, als es ist im Kindergarten oder Grundschule oder sowas. Willst du jetzt hier sagen, halt mal die Flasche. Halt mal die Flasche. Mit nem Basie in der Hand. Ja, nein. Die wippende Inkompetenz. Wie findest du das, Leonard? Magst du das? Findest du das gut? Vor allem von den neuen Spielen auch irgendwie drei Stück gar nicht. Die gibt's nicht. Ich glaube nicht, dass die neue Spiele. Von den alten, wir kriegen auch Schleingarten. Luca, wir müssen erst mal die wippende Inkompetenz überleben. Werden wir das denn? Oder wird Leonard direkt an der ersten Würfe versagen, durchdrehen und aufgeben? Im Leben. Junge, ja aufgeben ist nicht alles gut, aber... Über die Inkompetenz, ich riech's. Du riechst Inkompetenz? Ja, in diesem Fall ist es so viel, als das riecht man sogar schon. Ich hab aber Tanshu gewonnen. Grad läuft tatsächlich. Oh, die schwierige Stelle kommt doch her. Ja, jetzt beginnt der Spaß. Oh, ja, oh, 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 oh. Nein, 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 das ist alles sehr süß. Hallo Leute. Hallo. Also jetzt ist Zeit. Oh, hallo. Oh, hallo. Okay, langsam, Leute, langsam merke ich das. Wir haben keine Zeit, aber wir haben doch Zeit. Wir sind alles für dich. Hey. Oh, Gott. Hey. Okay, 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 ja, 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 das ist machbar. Okay, 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 ja, 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 das ist machbar. Okay, das ist machbar. Die andere Seite, die du... Ja, 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 ja. Wer ist der mit den blauen Augen? Äh, das bin ich. Ah, hallo. Yes. Ich muss nochmal Tab drücken, du musst. Nö. Das ist keine Option. Komm, 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 komm. Ja, wir schaffen's. Wir können auch hin. Scheiße, ich muss auf die andere Seite. Ich schaff's. Wir haben doch Punkte. Scheiße. Ja, ne, wir kriegen nix mal. Scheiße. Na. Na, das ist gut. Irgendwie 8 und 82 hätten wir gebraucht, also sind wir ein bisschen abgehoben. Aber die Zahl umdrehen ist halt gereicht, aber nein. Wir gönnen nicht. Ja. Unglaublich. Schon sehr, sehr dreist. Wenn wir es überreden, wir es noch nie nach Spiel 2 geschafft haben, ist immer schon vorausgesprochen. Ja, also irgendwie... Wir scheiße. Ich hab drei Level aufgestiegen. Ich krieg halt irgendwie so 5 Level. Naja, klar. 5 Level? Ich hab so 2400 XP bekommen. Level 16. Vielleicht wär auch noch für Level 14 Breed. Ja, warum hab ich denn so ein bisschen Zeug bekommen? Hast du wahrscheinlich so ein Wochenarbeiter oder so ein Ding geschafft? Ah, ja. Warum war ich denn nicht grad schon? Oh, wow. Die erste Runde Vollgeist. Lass mal sehen, wie wir abschneiden werden. Wir haben noch nie Vollgeist vorgespielt heute. Unsere erste Runde jemals. Wie geht Vollgeist wohl? Ich springe mal zu. Für mich bist du mit so OG-Skins und auch noch besser. Nein, das sind keine OG-Skins. Also ja, wir sollten. Naja, OG-Skins sind's nicht. Die 20 Tore davor, die waren alle Lügen. Die gab's gar nicht. Nee. Oh, oh mein Gott. Der Fistus. Der wurde gestand. Ich will's auch einmal first try durchschaffen. Nein! Bitte. Nein! Jürgen, ich hab's first try. Scheiße, ich war zuvor. Nein! Jürgen, ich bin Gott. Ey, ich bin schon wieder... Ich bin drunter gefallen. Ich bin drunter gefallen. Aber ich hab Checkpoint. Ich glaub dritter oder vierter bin ich geworden. Ich hab den Modus einfach durchgespielt. Ist geschafft im Leben. Warum bist du so langsam? Ja, ich bin hier grad ein bisschen runter gedroppt. Aha. Aber, easy. Wer fehlt noch? Sag ich bin der Letzte? Ich bin gar nicht der Schlechteste. Nee. Warte, ich bin zweimal runtergegangen. Ich hab den Brüchen geclincht. Oh Gott. Jetzt schießt euch der Hacker. Ich hab den gar nicht gut. Oh weißt du doch damals die ganzen Hacker. Ja, das war so geil. Einfach immer, immer durch. Dem geht's wirklich nicht gut. Ich hab das schlechtes Internet. Einfach du. Ja, wo meinst du es jetzt nicht so schlecht, du? Oh ja, dem geht's gar nicht gut. Ja, leckt sich durch die Welt. Das ist die Weltgeschichte. Oh, es funktioniert nicht. Unbedingt. Versteh, ne? Aber, Junge, easy. Dritter, da wo wir hingehören. Wir waren nie woanders, muss man auch sagen. Nee. Nee, also nicht weiter unten zumindest. Nee. Ziemlich schlechtes Ergebnis für uns, muss man sagen. Wir haben das ja noch nie gespielt, für das ist es okay. Stimmt, das stimmt. Die Letzte, die wir gespielt hätten haben können, wären wir natürlich besser gewesen. Aber haben wir eigentlich nicht. Wir wollten auch Platz zum Steigern lassen jetzt gerade. Also, Dritter ist ja... Oh. Das geht, das geht. Ja, ja, das kann ich nicht. Wissen Sie, wir sind zu viert. Jeder merkt sich irgendwas und dann passt das schon. Nee, wir sollen das gar nicht kennen. Oh, was ist das? Ich kenn's doch nicht. Zähle die Früchte. Vermeide den ansteigenden Schleim. Was ist Schleim? Das versteh ich nicht. Was soll das sein? Schleim ist doch lecker. Boah, ich weiß ja nicht. Also, romm drauf an, wirst du ein Schleim? Also, wenn ich an Schleim denke, denk ich nicht an Wackelpudding? Doch, der sieht auch aus wie Schleim. Eindeutig. Also, ich weiß nicht. Ich denk dir eher an Wintertage. Zwei Birnen. Zwei Birnen. Eine Banane. Eine Banane. Okay. Eine Banane und zwei Birnen. Zwei Grün, eins Gelb, merk ich mir einfach. Das ist am einfachsten. Dass du überhaupt die Farben sehen kannst. Das ist erstaunlich. Hä? Da ist nix. Oh, die Leute reingepusht werden. Äh, was ist... Das ist eins, Banane. Eins, Banane, Banane. Banane. Draußen ist keiner runtergefallen. Ich erzähl was anderes. Ich zähle Banane. Ja, ich zieh die Handgranaten. Drei Handgranaten. Drei Rote. Drei Rote Granaten. Drei Rote Granaten. Nicht weg mit drei Rote Granaten. Vier Gelb. Okay, dann zwei Grüne Granaten. Zwei Grüne Granaten. Zwei Grüne Granaten. Zwei Grüne. Drei Rot. Vier Gelb. Ja. Vier Gelb. Drei Grün. Zwei Rot. Nein, anders. Drei Rot. Nein, nein, nein. Zwei Rot. Drei Grün. Äh, drei Rot. Was? Sehr gut. Oh Gott. Da ist ein ganzes Team rausgefallen. Grünisch. Äh. Ich zähl die Roten. Ich zähl die Handgranaten. Die Grünen. Eins, zwei, drei. Vier, vier. Drei. Drei Birnen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Und wer zähl die Rotenfrucht? Zwei. Ich hab die Birnen. Ich hab die Birnen. Okay, ich hab die Birnen. Ich hab die Birnen. Okay, ich hab die Birnen. Vier Handgranaten. Zwei schöne Grüne Handgranaten. Ey, was? Vier? Handgranaten, Handgranaten, Handgranaten. Was ist das hier? Ja. Junge, Marc ist... Digga. Marc ist so ein... Junge, wie kann man so hart... Free kann man so hart throwen. Ist das auch aus der Handgranate? Junge, wir hätten erster sein können. Danke, Marc. Nein. Sie sehen aus wie eine Granate. Sag doch, auf die Schnelle seh ich das nicht. Sag rot einfach, du Trottel. Ja, rot ist aber falsch. Rot war falsch, du Trottel. Ja, dann sag grün, weil jedenfalls... Wir wollten ja nur den... Wir wollten auch nur den zweiten Platz halten, muss man sagen. Also... Wir wollten uns ja... Wir wollten uns ja steigern können. Wie schmiert ihr euch denn? Wir sind durchgekommen. Was ist denn? Wir hätten weiter vorne sein können. Dank Louis sind wir das nicht. Oh, ja. Es gibt's hier wieder einen Sweetspot. Bitte? Ach, man konnte es mal so treten, ne? Ja, aber ich glaub nicht, dass es den auch gibt. Du musst den Ball hinterher rennen. Nein, das ist... Nein, das geht ja nicht. Das sind zu viele. Es gab noch mal, wo die immer so... Na scheiße. Die Mitte. Es gab eine Variation, da war die Mitte komplett zu. Nein, das war einfach nur random. Es gab dann so ein Muster, wo die Bälle nur noch das gleiche gemacht haben. Die ganze Zeit. Und dann konnte man einfach an einer anderen Stelle stehen. Es gab, glaub ich, auch echt einmal, das war die Mitte irgendwie so... Also da war es wirklich chillen. Die Mitte ist aber nie... Doch, doch, doch. Ne. Ah! Oh! Ne, doch nicht. Wenn noch ein Ball ist, kann ich ihm hinterher rennen. Das sind zwei Bälle. Das sind immer zwei. Immer zwei. Es gibt nichts mehr. Nicht mehr. Aua. Ja, die müssen so... Oh, ich bin raus. Verlust! Ich mag schon, aber heute auch... Da bin ich unglücklich. Ah, ich auch. Du kannst du weg. Das war's mit der Runde. Oh, ich möchte so, dass Louis jetzt gehütet wird. Ja! Oh, Louis, schade. Ich bin halt gut in dem Spiel. Wir müssen immer gut in dem Spiel. Ja, ja. Das würde eh nix. Ich dachte, wir müssen es durchschaffen. Wir sind die ersten zwei, die rausgefallen sind. Wir müssen durchschaffen. Das ist vielleicht noch was. Jetzt nicht verzagen. Da fliegen aber einige raus. Junge, jetzt fahren da gerade alle raus. Wir sind immer noch nicht qualisiert. Aber... Ja, aber warte dann noch kurz. Ja, wobei, ne, ne, ne. Man fällt halt hier nicht raus. Das ist halt einfach cringe. Ne, ne, ne. Das Team mit uns hat doch noch zu viele Leute. Es ist halt... Nein. Ja, was soll ich zu machen? Das war... Ja, nicht so schlecht sein. Aha. Spiel doch einfach mal richtig. Ach so. Ja, klar. Danke für den Tür. Ja, bitte. Mach ich. Für mich funktioniert es ja auch. Ja. 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 Die Tür. Vielen Dank.